Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Race WTCC 2014. Wir sind in Ungarn am Start. Das letzte Mal sind wir gefahren in Polrika. Jetzt kommt das dritte Rennwochenende. Vier Siege auf dem Konto. Mit dem aktuellen Gegnerlevel sieht es auch stark danach aus, als würde das auch so bleiben. Leider. Obwohl, wir sind da nicht alle Strecken gefahren. Ich mache hier auch Fahrfehler. Und es passt mir absolut nicht, den Zeitplan nochmal von vorne zu beginnen. Vor allem, da ich Let's Play-Technik das Ganze so ein bisschen geplant habe mit der ADAC GT Masters, der DTM 2014. Dass es alles so ein bisschen eingepasst ist am SF1 2015 Let's Race. Und ja, dass man da so ein bisschen zusammen die Saison dann ausläuft. Drücken wir es so aus. So, die Ladezeiten sind immer noch verteufelt lang. Das ist so ein bisschen was... Ah, da ist es schon. Ähm. Ja, gut. Ergebnis letzten Rennen ist jetzt nicht so wichtig, dass die Punkteplatzierung... 100 Punkte vor Lopez 54, Takini 52. Wo liegen die anderen, äh, Citroën-Fahrer? Die liegen auf Löb auf dem siebten und die beiden Quijong Ma auf Position 10 und 11. In der Teamwertung sind wir aber mit weitem Abstand vor Castrol Honda und in der Herstellerwertung sind wir 50 Punkte vor Honda. Mal gucken, wie es weitergeht. Das ist die Fahrerliste und hier das Qualifikation... Die Qualifikation hier für das erste Rennen. So, herzlich willkommen auf dem Ungar-Ring, dem Kurs, wo auch die Formel 1 unterwegs ist. In der Nähe von Budapest in Ungarn, eine Traditionsrennstrecke. Das heißt, wir werden sie in diesem Let's Race auf jeden Fall... Also, dieser Let's Race-Saison, Anführungsstrichen, auf jeden Fall nochmal sehen. Mit der Formel 1. Also, ihr seht schon, äh, ja, ihr seht schon, ich komme da, ähm... Dem Honda nicht so viel oder so schnell näher, wie das, äh... Noch vor zwei Rennen der Fall war. Okay, jetzt in dem Streckenabschnitt, aber dann zügig. Und was man natürlich auch merkt, wir haben hier keine Strafgewichte. Und was haben... Oh! Okay, jetzt in dem Reion. Okay, jetzt in dem Reion. Okay, jetzt in dem Reion. Citroën macht schon Spaß zu fahren. Was man hier nur merkt, ist, dass der Frontantrieb hat. Was man hier? Mal ein bisschen von außen das Ganze betrachten. Also trotz des, ähm... Seltsam, also an den seltsamen, typischen Fahrverhalten für einen Fronttriebler. Fängt er sich doch recht selbst, äh, recht gut von selbst ab und, ähm... Sprich, relativ gutes, äh, äh, relativ, also ein sehr gutes Fahrwerk. So? 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 Okay. Ich finde den Wagen schon extrem schön. Ach, das klingt extrem schön. Gehen wir mal auf den Rennmonitor. Da gucken wir uns mal an. Sebastian Löb verliert also seine Zeit in diesem Qualifying durch James Thompson. Und jetzt ist er vorbei. Da schöne Kameraeinstellungen dabei. Wie der jetzt aber enteilt. Der Rennmonitor. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier wird erstmal einem bewusst, wie groß der Vorsprung jetzt innerhalb einer Runde auf James Thompson ist. Die Lada sind wirklich deutlich unterlegen. Jetzt ist er schon dritter. Dann gehen wir mal ganz kurz auf die Rennmonitor. Dann gehen wir mal auf die Sitzungsinfo. Okay, das ist auch nicht was ich meinte. Dann beenden wir den Durchgang. Dass wir nicht so viel Zeit verlieren. Dann dreifach Pole für Citroën. Dann die Honda. Aber das sehen wir gleich ja sowieso nochmal. Jetzt hier im Rennen. Also wir auf Pole. Zweiter Jose Maria Lopez. Dann folgend Sebastian Löb. Gabriel Tacchini vierter. Medi Benani fünfter. Diaco Montero sechster. Also die beiden Werks Honda. Und im Sandwich von beiden der Pro Team Honda. Dann auf Position sieben und acht. Die beiden besten Chevy. Von Giovanni Morbidelli. Auf dem deutschen All-Inkel-Münich-Motorsport-Team. Vor Tom Coronel auf Royal Motorsport. Tom Chilton. Der Teamkollege von Tom Coronel. Auf Position neun. Vor Hugo Wallant. Der die Top Ten abrundet. Dann auf elf und zwölf folgen die beiden Quijong Mars. Und dreizehnter ist der beste Lader von Rob Huff. Neben Dosan Borkovic. Und dann Norbert Michielic und James Thompson. Vor Koslowski. René Münich letzter. Oh, wir haben ja fliegender Start. Ja, und wir ziehen gleich mal weg. Oh, nicht. Na, es war klar. Oh, nicht quer. Ah, es war klar. Und Lopez ist jetzt. Hat jetzt zum Beispiel nur ein bisschen aufgeschlossen gehabt. Das scheint jetzt aber unser Streckenabschnitt zu sein. Alles,���っちゃ. Oh, sicher. Oh, okay. Oh, das stimmt. Oh, ah. Das war ein bisschen heftig Trotzdem war die Rundenzeit ungültig Das hat jetzt Zeit gekostet Wenn ich es richtig gelesen habe Hat Takini Sebastian Löb geschnappt Ja, da oben sehe ich es ja auch Verkiss das Och ne Game crashed Und wisst ihr, dass ich das fast Immer Also das habe ich bei RaceRoom Relativ häufig Ja, da oben sehe ich es ja auch Hm So, dann starten wir natürlich auch gleich Quatsch, nicht das Einzelrennen Championship natürlich Ähm Lassen wir das gleich dann mal Ähm 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 Eu Ähm 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 Ah, das ist schon soweit. Auf ein neues mit dem Rennen. Oh, das war ein bisschen spät auf der Bremse. Und Löw ist neben Lopez und Löw ist vorbei. Löw ist zweiter. Und Lopez muss jetzt auf Takini aufpassen. Oh, Mann. Oh, Mann. Boah, auf den Köps, angebremst. Und, äh, und... Und, äh, und, äh, und, äh, und, äh... Und, äh, und, äh, und, äh... Und, äh, und, äh... Und, äh, und, äh... Und, äh, und, äh... Seit 1,58er Zeit ist natürlich dann doch extrem schnell. Und, äh, und, äh... Okay, da haben wir es jetzt deutlichst übertrieben. Okay. Das ging schon mal schief. Das ging auch schief. So weit zurückgeschaltet. Das war auch ein ziemlich schlechter Versuch. Aber ich dachte, er würde vielleicht stehen, wie gut die Reifen noch in Schuss sind. Und, äh, und, äh, und... Okay. Und, äh, und, äh... Und, äh, und, äh... Okay, da haben wir jetzt richtig Zeit liegen lassen. Das war jetzt ein wirklich saublöder Versuch von mir. Okay. 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 Ich muss mal hier mal von außen ziehen, wie das Anstellen der Kurven von außen so wirkt. Okay. Denn wo wir das Anstellen wirklich gebrauchen können, ist in der Haarnadel, in dieser einen berühmten Haarnadel von, äh, Macau, wo wir das Ressonfinale fahren werden. So. Viel zu spät gebremst. Oh, Mann. Und nicht siehst, wie du hinfährst. 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 So, ich schätze, wir werden jetzt noch mit dieser Runde hier drei Runden sehen. Und nicht siehst, wie du hinfährst. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das passiert ist. Ich bin da, ist Otto eingestellt, bitteschön. So, noch drei, also noch vier Minuten. Hm. Boah, zu spät angestellt. Boah. Und verliere die Führung. Oh, der Wagen hat ziemlich Schaden mit sich gezogen. Und nicht die Teamkollegen abschießen in den letzten beiden Runden. Gleichzeitig versuchen wir jetzt, das doch ein bisschen weit unter Otto ins Ziel zu bringen. Wie saublöd, verlauter. Faxen machen. Außerum und beiden vorbei. Da versuchts Lopez gleich wieder innen an Löw und auch Takini ist nicht weit. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt letzte Runde. 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 So. So. So, jetzt letzte Runde. So, jetzt letzte Runde. So, jetzt hier. So, jetzt hier. So, jetzt hier. So, jetzt hier. So, jetzt. 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 So, jetzt.